Radio FFN Hot 100 1991 Am Mikrofon, Jörg Christian Petershofen Die Radio FFN Hot 100 1991, die Jahrescharts, Teil 1 von 100 Soweit wir kommen Fast ein Buchklassiker, ne? Soweit die Füße tragen, soweit die Platten tragen Und es geht weiter mit Platz 89 Das war eigentlich ein Hit des Jahres 1965 Und kam dann noch einmal 1990 in die Charts Und auch in die Jahrescharts Und schwappte noch so ein bisschen rüber in die ersten drei Wochen des Jahres 91 War drei Wochen in den Hot 100, bekam 32 Punkte Und war in den Wochen 1, 2 und 3 auf Platz 4, 9 und 18 Das reichte noch einmal für das Jahr 91 Für Platz 89 für die Righteous Brothers und Unchained Melody Oh, my love, my darling I've hungered for your touch A long, lonely time And time goes by so slowly And time can do so much All you still mine Oh, I need your love I need your love God, spend your love to me Lonely rivers flow to the sea, to the sea To the open arms of the sea Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me I'll be coming home, wait for me Oh, my love, my darling I'll honger, honger for your love Oh, my love, your time And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love Don't spill the love To me Unchained Melody und die Righteous Brothers Auf Platz 89 Platz 88 in den Hot 100 des Jahres 91 Ist ein Titel, den gab's auch schon früher einmal 1975 von 10CC, nochmal neu aufgelegt von Will to Power Und damit ging's dann auch in diesem Jahr 91 in die Jahrescharts Drei Wochen dabei gewesen, 32 Punkte Die Platzierungen 11 und 2 mal 10 Auf 88 Will to Power mit I'm not in love I'm not in love So don't forget It's just a silly phase I'm going through And just because I thought you were Don't get me wrong Don't think you've got it made I'm not in love Oh, no I'd like to see you But then again That doesn't mean You mean that much to me So if I call you Don't make a fuss Don't tell your friends about the two of us I'm not in love I'm not in love No, no I'm not in love There's nothing in the way She makes me feel You've waited long time for me You've waited long time for me You've waited long time for me You've been to Be bright You've waited long time for me And when I'm not in love You've waited long time for me I'll be tracking and he wasn't in love Are you a power to run And when I was in love Until you saw her And I'm not in love Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, Spock, da frage ich mich, wofür habt ihr eigentlich so große Ohren? Gigantisch. Saturn Hansa. Hallo, ich bin bei Fröhlich. Und wann kommen Sie zu Fröhlich? Fröhlich. Die fröhlichen Getränkemärkte in Niedersachsen. Wir sind hier bei der Erntedankfeier der Hells Angels Wildster. Die Stimmung ist recht ausgelassen und das ist erstaunlich, denn hier wurde heute nicht ein Tropfen Alkohol ausgeschenkt. Tja, jede Menge Fun ohne Alkohol. Jever Fun. Das Jever ohne Alkohol. Ein Rauch herber. Fröhlich. Getränkemärkte. 130 Mal in Niedersachsen. Seppi und der Nikolaus. Das ist Onkel Toni. Papi und der neue Lenkdrachen. Achtung! Opa Alfred mit Lametta-Toupé. Bei Karstadt kommen ihre schönsten Weihnachtsfotos ganz groß raus. Im Postkartenformat 10x15cm. Der Formel 1 Farbabzug vom Negativ für nur 49 Pfennig. Jetzt bei Karstadt. Gut einkaufen, schöner Leben, Karstadt. Und aromatisch. Ja, das ist Wolters Pilsen, das westliche Geschmack. Und aromatisch. Wolters Pilsen, dann der westliche Geschmack. Wolters Pilsen, dann der westliche Geschmack. Hits gibt es Spiele. Für uns ist ein Hit erst ein Hit, wenn er ganz oben war. Number One. Der Hit-Container. Nur echte Nummer 1 Hits. Von Roxette bis Phil Collins. Von Rick Astley bis Aha. Das ist der Hit-Container. Number One. Von Sony Music. Die Radio FFN Hot 100 1991 mit Platz 85. Und wenn das Jahr 91 nicht so erfolgreich für Jason Donovan war, dann war es allemal erfolgreich für Extreme. Denn die werden wir nochmal hören innerhalb der ersten 100 des Jahres 1991. Mit Wholehearted sind sie auf 85 gekommen, waren 5 Wochen in den Hot 100, haben 34 Punkte bekommen für die Plätze 19, 20, 13, 10 und 9. Platz 85 also, Wholehearted und Extreme. Das ist der Hit-Container. Das ist der Hit-Container. Das ist der Hit-Container. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Soltau 4, Hannover 4, Braunschweig 3, Göttingen 3, Braunlage minus 1 und Magdeburg plus 4 Und das war nicht die Jahresmittelwerte, sondern die für heute 27. Dezember, 91 in Amsterdam stark bewirkt und 8 Grad Athen heiter und 7 Mai, das ist ja richtig kalt für Athen Barcelona schon ein bisschen wärmer mit 13 und heiterem Himmel Istanbul stark bewirkt, 3 Grad Kopenhagen stark bewirkt auch 3 Grad Zypern stark bewirkt bei 14 Las Palmas wolkenlos und 21 Grad Da müsste man jetzt sein Lissabon wolkenlos bei 10 London heiter 8 Grad Madrid wolkenlos 7 Grad Mallorca heiter 15 Moskau stark bewirkt minus 8 Das ist dann schon der Unterschied Nizza wieder heiter und 13 Grad Paris stark bewirkt bei 7 Grad Rom heiter 13 Tunis wolkig 14 Und Warschau, da regnet's bei 2 Grad Soweit das aktuelle Wetter Eine Vorhersage aber stimmt mit Sicherheit Die Stunde der Teekanne Tee von Teekanne ist immer ein Hochgenuss Teekanne für Teekenne Weiter mit den Vorhersagen der Radio FFN Hot 100 1991 Platz 83 Das war die Nummer 5 der Jahrescharts 1990 bei dem Radio FFN Hot 100 Schwappte dann noch über in das Jahr 91 in der Woche 1, 2 und 3 nochmal platziert auf 9, 10 und 9 Das sind 35 Punkte für DNA Featuring Susan Weger Auf 83 mit Tom's Diner So, jetzt müssen wir alles nochmal zurück machen Die gute Susan Weger, die starten wir gleich nochmal neu ein Es gibt eine wichtige Verkehrsmellung, die direkt auf den Tisch kommt Aber auch genau 16.33 Radio FFN Verkehrsservice A7 Hannover Richtung Hamburg Zwischen Dorfmark und Soltau Süd ist ein Fußgänger auf der Fahrbahn Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig Betrifft die A7 Hannover Richtung Hamburg Zwischen Dorfmark und Soltau Süd ist ein Fußgänger auf der Fahrbahn Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig Und wir melden diese Meldung wieder wenn alles in Ordnung ist auf der Autobahn Auf ein neues mit Susan Weger und DNA Und die featuring nun mal Susan Weger auf 83 Und noch einmal Tom's Diner Dschüss Untertitelung. BR 2018 And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in It is always nice to see you, says the man behind the counter To the woman who has come in, she is shaking her umbrella And I look the other way as they are kissing their hellos And I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking There was no one I had heard of And I'm turning to the horoscope And looking for the funniest When I'm feeling someone watching me And so I raise my head There's a woman on the outside Looking inside, does she see me? No, she does not really see me Cause she sees her own reflection And I'm trying not to notice That she's hitching up her skirt And while she's straightening her stockings Her hair has gotten wet For this rain, it will continue through the morning As I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice And I'm thinking of how to fix it And for this rain, will DNA featuring Susan Vega und Tom Snyder, Platz 83. 1991 war der Sommer nicht nur ein Quiz, sondern der Sommer brachte auch den Renntierpulli total nach vorn. Macht ihn populär. Durch einen Hit, der im Sommer krajult wurde, wie nichts anderes. Neun Wochen in den Hot 100, 35 Punkte für Dieter Krebs auf 20, zweimal, dann zweimal 19, 16, 17, 15 und zweimal 14. Platz 82 in den Radio FFN Hot 100 des Jahres 91. Für Dieter Krebs und Gundula, ich bin der Martin. Martin geht wieder in den Töpferkurs mit Gundula. Dieter Krebs und Gundula, ich bin der Martin, Platz 82. 1991 ist auch das Jahr von Rocksets. Und in den letzten Wochen des Jahres 91 konnten sie noch Spending My Time, die dritte Single-Auskopplung platzieren. Viermal waren sie in den Hot 100, 36 Punkte gab's dafür. Für die Plätze 14, 9, 12 und 13. Platz 81 für Rockset und Spending My Time. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up, I make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me. In the shape I'm in. Spending my time, I'm watching the days go back. I'm feeling so small, I stare at the wall. Hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call, but I don't know what to tell you. I leave a kiss on your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? I'm spending my time. Spending my time. Watching the days go back. Feeling so small, I stare at the wall. Hoping that you are missing me too. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Move that body of 80 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Move that body baby, 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 move that body Luxuswohnung gefällig? Nur 10.000 Miete. Los, sofort zugreifen. Nix da. Wir ziehen lieber ins eigene Heim und zahlen die Miete in unsere Tasche. Mist, da steckt bestimmt der Fuchs dahinter. Genau. Wenn auch Sie bald in Ihren eigenen vier Wänden wohnen wollen, sollten Sie sich jetzt die volle Wohnungsbauprämie sichern. Also bis 31.12. zu Schwäbisch Hall. Bei allen Volksbanken, Reifeisenbanken oder bei unseren Außendienstmitarbeitern. Auch diese Steine können Sie bauen. Schwäbisch Hall. Worauf dürfen wir hoffen? Vielleicht auf ein Zeichen? Auf den Blitz, den Donner? Einen tosenden Sturm, der unsere Seele durchdringt? Oder darauf, dass die Preise im Mediamarkt so klein bleiben, wie sie sind? Ja, darauf können wir nicht nur hoffen. Darauf können wir uns verlassen. Mediamarkt, stark! Und was möchten die Herrschaften trinken? I have sherry with a soup, white wine with a fish, champagne with a bird and port with the fruits. Admiral? Ich nehme zu allem mein Felsschlösschen. Stopp! Felsschlösschen. Man hat's oder man hat's nicht. Bevor Ihnen mal wieder die Decke auf den Kopf fällt, können Sie jetzt wirklich was erleben. Im Abenteuer und Reisen gibt's diesen Monat Mexiko, Mikronesien, Barcelona und mehr zum Entdecken und Mitterleben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk,율isch. Genau, da können Sie dann auch einen informations- und Versuch in der Weltcartes geben. Musik 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 All for Love, Color Me Bad auf Platz 79. Fünf Wochen in Hot 140 Punkten holten sich Jesus Jones mit den Plätzen 17, 16, 2x10 und 1x12. Das gab in der Endabrichtung Platz 78 für Jesus Jones and Right Here, Right Now. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020